Ja, Kölns älteste, Schnauze jetzt, Kölns älteste Beugrube im Vorstand. Wir sind hier praktisch wieder aufgeblüht, hier im Zillertal in Hintertux. Ich bin 30 Jahre junger und wenn ich morgen nicht aufpasse, dann wären wir alle drei wieder eingeschult. Es war im Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Es war gleich mittendrin, als ich damals auf die Schreine fallen bin. Es war gleich mittendrin, als ich damals auf die Schreine fallen bin. Auf dem Drachenfilz, da hab ich mich verliebt, doch ich wusste damals nicht, dass es noch Drachen gibt. Heute hab ich ihn zu Haus und verzweifelt, ruf ich aus. Es war im Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Was sagt man zur Köln-Woche? Es hat uns nicht gefallen, es gefällt uns immer wieder oder noch, noch. Meine Eltern sind damals schon immer ins Zillertal gefahren, vor 50 Jahren. Also ich wollte noch ganz kurz berichten, bevor der Willi das Schlusswort macht. Wir haben den Fränki heute auf der Piste verlobt. Er ist beim Snowboarden ausgerutscht und hat sich spontan mit einem Schneehasen verlobt. Jetzt lassen wir dem Fränki da was zu sagen. Also, ich bin der Frank, ja. Stark Bier mit Müt, Altbier mit Blöd, Pilsat mit Beschluss, nur Gölbsch hält uns im Schuss. Stark Bier mit Müt, Altbier mit Blöd, Pilsat mit Beschluss. Wir waren eigentlich ein bisschen kaputt, aber als wir dann so ein paar Stunden hier waren, da hat uns das auch gefallen und ich glaube, wir werden richtige Fans von dem Zillertal und Hintertux und allem, was hier so. Und die Fanki-Märs sind wir, da sind wir ja schon sowieso.